Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Subchannel, ich bin euer Silphi und ich habe die Ehre in Anführungszeichen euch beizubringen wie ihr mir Replays richtig für die Replay Analysen schicken könnt, weil sehr viele von euch haben mir Replay Analysen geschickt, aber die E-Mails waren kompletter Bullshit, damit konnte ich nichts anfangen, deswegen mache ich jetzt wirklich ein kleines Tutorial hier für euch. Schritt Nummer 1 Leute, ihr geht auf die replay.gg Seite, wichtig ist, falls ihr euch auf dieser Seite noch nicht registriert habt, geht bitte auf euren LoL Client, auf eure Run-Seiten und benennt eine eurer Run-Seiten bitte replay.gg, dann wartet ihr so ca. 1-3 Minuten und sucht danach euren Namen, danach seid ihr registriert und alle eure Games werden aufgenommen, wichtig ist für meine Replay Analysen, dass ihr mir bitte Ranked Games einschickt, so wenn ihr euch nicht registriert habt, ist es dann Zeit mir das Replay zu schicken, Ihr geht danach wieder auf replay.gg drauf, gebt oben euren Namen ein und schon seht ihr alle eure Replays, ganz wichtig Leute, drückt bitte einmal auf den Share Button und danach findet ihr dort einen Link, kopiert diesen Link, weil diesen werden wir dann auch gleich brauchen. So, jetzt wo ihr diesen Link kopiert habt, müsst ihr ihn mir nur noch richtig schicken, ja und das macht ihr ganz einfach, ihr macht einfach eine E-Mail auf, also ihr schreibt mir eine E-Mail, nehmt dann bitte die E-Mail-Adresse oema.eva.playersub.de, schreibt dann bitte in den Betreff Replay Analyse, Ja, dann kommt dir das Textfeld, dort schreibt ihr rein, welchen Champion ihr spielt, eure Position, eure Elo, ja und danach halt, ob ihr Solo seid, Duo oder Flex und am besten auch nochmal gleich mit dazu schreiben, wer eure Mates sind. Danach könnt ihr noch irgendwas dazu schreiben, was auch immer ihr wollt, zum Beispiel gab es einer, der mich gefragt hat, hätten wir ab der 15 Minute noch das Game gewinnen können, irgendwie sowas in der Art könnt ihr, ne, euch das dann frei aussuchen. Und danach fügt ihr diesen Link ein, den ihr davor kopiert habt. Am Ende müsst ihr mir diese E-Mail dann nur noch schicken und ihr habt alles richtig gemacht. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.